ja moin moin SEXUWEITSICH BAAAAAAAAT und Claudius hat recht, das war der erste aber definitiv nicht der letzte Schrei Battlefield 5 Samulaka Smashers hier aus der Zentrale und ich würd sagen Gaming Highlights die erste Battlefield 5 ich schrei viel, ich weiß beim Zocken wird man immer emotional es macht aber auf jeden Fall richtig Bock zu zocken sonst würde ich aufwärts zu tun und ich schrei auch gerne, also nehmt das ganze ein bisschen mit Nein, 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 scheiße Kommt nicht Digga 1, 1, 1 Ich hab grad den Doppel gemacht Jungs NEIN NEIN Ich hab grad noch einen Doppel gemacht so kurz am Ende NEIN Ich hab grad noch einen Doppel gemacht Ich hab grad noch einen Doppel gemacht What? Oh nein Oh nein, ich hab 112 Ich hab 112 6 Leben Jungs, 6 Leben Doch Digga, das können wir facken Das können wir facken Das facken wir Digga Oh my god Oh Ach du Scheiße Wie schnell ging der Cap jetzt Ich färb alles, ey mein Gott Digga Das Geist ist grad gewesen Hehehehe Haben wir es, Anna? Nice Digga Zwei Oh my god Oh my god Nooo Ja Haha Geht alle down Wuuuuh Ey, ich schwör Ey Da ist oben eine Reine Ich werd gestochen, alter Ich hab keine Ahnung Verwohin ich an der Scherbe war Das ist nur vor zweit Wohin damit? Mach mal Mach mal Geht das? Ich muss halt dahin gucken können Jungs, die Bombe, die Bombe. Doppelkill, ja man. Junge, ich glaub wir haben die alle zerfickt, guckt mal aufs Scoreboard. Junge, wenn wir jetzt die beste Squad sehen, dann weiß ich aber auch nicht. Junge, wir haben zwei Raketen erspielt, ach du Scheiße. Jawoll. Jawoll. Ja man. Ey Digga, ich bin zweiter auf dem Scoreboard, mach mal nach. Ich bin erster auf dem Scoreboard, mach mal nach. Ja ne, ich will das nicht beenden, weil es bei mir nicht geladen hat. Ja, lass mal auf A gehen. Nein, nein, nein. Das wird so ein schöner Feed gewesen. Ich schaff immer den Doppel. Ich krieg den dritten nie. Ey Junge, ich hab vorhin auf Rotterdam so einen geilen Quad-Feed gemacht. Einfach erstmal ein Doppelkill mit der Nate. Ey, da steht ein Sani im Haus. Da steht ein Sani im Haus und ich pack durch die Map. Ey, jetzt renn ich da rein. Ich mach so ein Feed und dann kommt der Sani nicht. Ja, endlich der 3er Feed. Ja, Mama. Mama, geh hol die Kamera raus. Ich mach ein Selfie mit dir, Mutti. Ja, endlich der 3er Feed. Ja, Mama. Mama, geh hol die Kamera raus. Ich mach ein Selfie mit dir, Mutti. Ja. Junge, ich will den einfach retten und ich will keinen werden gepackt. Ey. Und dann holt mich keiner, glaub 17 Meter. Ja, auf meinen Arsch 17 Meter. Auf meine Arsch 17 Meter. Auf meine Arschhaare sind 17 Meter lang. Die hab ich gerochen. Junge. Junge, ich war grad auf den Weg zu dir. Ich bin grad jetzt... Ja, war auf den Weg zu mir. Ich hab die Arsch angerochen, mehr wie ich. Rücken hast mir zugedreht. Tut's weh, wenn du mir reinfällst. Ja, tut mir weh. Ey, hier sind keine vielen Menschen. Vielleicht überlebe ich jetzt eine Zeit lang, ohne vom Bomber kassieren. Haha, ich Panzerfaustet hier auf B weg. Ey, weißt du, ich greffe mich. Das war, wenn mein Eiler anzuschlackern. Mach ich den Bomber höher, mein Gott. Ach, du hast auch schon eine Stuka-Traube? Ja, also, absolut. Ich hab grad zum ersten Mal gesehen, wie Bomben wirklich explodiert sind, weil ich sie nicht abgekriegt hab. Was weiß ich, Mann? Oh, das ist gut, oder? Schönes Gefühl, ja? Finde ich geil. Boah, Alter! Dieses Spiel ist so bemitleidenswert, Mann. Das ist schon nicht mehr lustig. Ey, Mann! Der Bude! Verabend vom Problem mit dem Monit. Was ist das denn mit dem? Alter, die snipen schon wieder überall. Schon los. Schon los. Schon los. Ey, Alter! Warum ist das so gut? Warum ist das... Ich bin einfach zu gut! Ey! Nee, du... Junge, du hast es geschafft, Mann! Du bist einfach zu gut! Das Hurenkind, Mann! Geh deine Mutter vögeln! Alle, die will dich! Direkt hinter der Box! Der ist jetzt unten an der Schräge! Hinter der Box wieder! Ja, er brennt, er brennt, er brennt! Noch einer! Direkt vor mir! Jetzt habt ihr die alle! Jetzt... Medic, schnell! Boah, Ehre! Digga, das war absolut im Mausten-Klatschen-Moment überhaupt! Üff, Alter! Der Molly war so perfekt! Ey! Du bist aus dem Kampfgebiet raus! Ach was! Ach Mann, ey! Ach Mann, du Digga! Ey, Noah, ich bin mal heftig, Kappa! Heh 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 heh! State... Noah, Statment! Digga, was war das? Huren! Verner uns mal zu gut! Ahh! WUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH!!! Ich hab ihn abgehakt, Alter! Wieder Freier dem Hambacher Forst! Hahahaha! Du machst so eine Waldronung, wie ich stehen gerade gerodet habe. Da liegt einer bei mir. Ja, so läuft es. Und noch ein. Ja, weiter. Wuhuuu. Sub rein, hier sind noch zwei Videos, die du gucken kannst. Das heißt auf meinem Kanal ist fitness- oder blogbasiert, also das was bei mir gerade abgeht, oder in Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mach ich dir auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die zwei Videos.